Liebe Frauen, ich bin Juliane, ich grüße euch. Ich bin bei Amira im Lustraum und dort veranstalten meine Partnerin Leonie und ich Mooncalls zweimal im Monat und zweimal zum Vollmond und zum dunklen Mond. Und dazu lade ich dich, liebe Frau, herzlich ein. Es ist eine kraftvolle Zeit, sehr bewegend. Ich finde es sehr intensiv und sehr expressiv. Und ich weiß, um diesen Impuls, irgendwie alles zu mir zu nehmen und mich zurückzuziehen in mein Schneckenhaus, in mein Kämmerlein, rauszugehen aus Partnerschaft und Familie und irgendwie alles mit mir selber abzumachen, was an Gefühlen da ist und was an Gedanken, an was ich spüre. Und ich merke, irgendwie ist jetzt Zeit für was anderes, für was Neues, für Frauenkreise, genau, für das Gemeinsame. Lass uns Frauen zusammenstehen und ich lade dich ein, rauszutreten, rauszutreten in den Kreis der Frauen, rauszutreten aus Struktur, Arbeit, Partnerschaft, Kinder und hineinzukommen in diesen Kreis von Frauen, wo wir einfach spüren werden, dass alle Themen, die jeder Einzelne von uns fühlt, tief verankert ist in jeder von uns und dass wir das Schmerz und Leid, Trauer, aber auch das Glücklichsein und die Liebe und die Lust und die Freude am Leben, dass wir das teilen und dass das ein wahnsinniges Potenzieren ist, werden wir das zusammen unternehmen, im Kreis, in Gemeinschaft. Bei den Mooncalls werden wir genau das machen, wir werden spüren, wir werden schweigen, still sein zusammen. Wir werden feststellen, dass es nichts braucht, wir müssen nichts tun, einfach da sein mit allem, was wir spüren in uns drin. Und das zu teilen, das rauszugeben in diesen Raum, den wir Frauen zusammenhalten, wird uns verbinden, wird uns wirklich stark zusammenbringen und wird uns Dankbarkeit fühlen lassen, dafür, dass wir hier sind. Und ich lade dich herzlich ein zu unserem Mooncalls, auch im Namen von Leonie und ich lade dich herzlich ein in den Lustraum von Amira. Ja, da warten so viele wunderbare Frauen und so viele wunderbare Impulse. Auf eine neue Zeit. Bis dahin. Ciao.